Lena Meyer-Landruth hört auf ihr Herz. Aktuell befindet sie sich mit ihrem Freund Max von Helldorf in Amerika und macht mit ihm New York unsicher. Naja, zumindest sind sie sportlich viel unterwegs, wie Lena auf ihrem Insta-Profil verrät. T-Online führte mit der 26-Jährigen ein Interview. Unter anderem ging es auch um ihre musikalischen Zukunftspläne. Ihr letzter und sehr persönlicher Song, If I Wasn't Your Daughter, hat sie erst vor wenigen Wochen veröffentlicht. Könnten denn schon bald weitere neue Songs anstehen? Ich bin im Studio, ich bin dabei. Ich probiere, ich schreibe. Es ist ein langer Prozess und ich muss schauen, wie ich mich dabei fühle und ob es funktioniert, sagte sie im Gespräch. Ich bin kein Mensch, der Sachen macht, weil sie erfolgreich sein könnten. Das Herz muss es entscheiden. Und wenn mein Herz sagt, es fühlt sich gut an, dann mache ich das. Wenn nicht, kann ich es leider nicht machen, erklärte sie weiter. Na, vielleicht findet sie ja in New York genügend und Inspiration für neue Musik mit ganz viel Herz natürlich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.